Hallo meine Lieben, heute geht es um meine letzten News und zwar habe ich dort ja nach einer Lösung gesucht für den Schiebeschlitten für die Tischkreissäge, für die Holzmann TS 250. Ich habe einige gute Anregungen bekommen, unter anderem hat der Marlon mir einen Vorschlag unterbreitet, den fand ich eigentlich bisher am besten und den wollen wir heute umsetzen. So und zwar geht es ja hier um den Schiebeschlitten und zwar hatte ich in den Kommentaren mal einmal stehen gehabt, dass man ja hier diesen Abstand, den habe ich hier auf 51 oder 52, wieviel das waren, so also wir bekommen hier, wenn wir, ja sind es 51,5, das heißt also eine Brettstärke von 51,5, die kriegen wir hier rein. USB-Platten sollen wohl irgendwie 70 oder 72 haben und die würde man hiermit nicht schneiden können. Ja, aufgrund meines Aufrufs habe ich dann verschiedene Möglichkeiten bekommen, unter anderem, machen wir das mal so, unter anderem habe ich eine Möglichkeit, die ich eigentlich am besten finde, setzen wir hier unten drunter Vierkantprofile, jeweils eins auf jeder Seite, also auf der Seite und hinten. Da setzen wir dann eine Schraube rein, auch eine M6er Schraube, die hier auch fixiert ist. Dann kann ich das so weit nach hinten schieben und der Schiebeschlitten geht dann noch so weit vorne, weil der hier vorne auch begrenzt ist. Das war auf jeden Fall bis hierhin, bis hierhin sägen können. Das heißt also, das sind die 20 Zentimeter und hier hätten wir dann das Stück durch und man könnte dann, sag ich mal, ja, 22, 25 Millimeter starke Bretter könnte man damit durchsägen. Ich habe mir Schrauben besorgt und zwar sind das hier so, 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 ich habe keine Ahnung, wie die heißen, Hebelschrauben oder was weiß ich, so Schnellspannschrauben sind das, die werde ich da drunter setzen, so, dass man das auch werkzeuglos dann machen kann. Man braucht das nur einfach dann losdrehen und dann kann man die Schiene nach hinten setzen und dann wieder festziehen und dann ist eigentlich alles gut. Von daher werden wir diese Schrauben benutzen. Ich wollte eigentlich erst so Exzenterschrauben holen, wie von den Fahrrädern, die hinten so dran sind an der Achse, aber die war mir zu teuer. Und da habe ich dann hier nach Hebeln gesucht und die hatten sie bei Hornbach und da hat jetzt einer drei Euro gekostet. War auch schon teuer, aber diese Exzenter-Schnellspannschrauben oder Achsen, wie man die auch nennt, ja, die kosten irgendwie sechs, sieben, acht Euro und das war mir dann doch ein bisschen viel. Und hier habe ich mir noch so eine kleine Besonderheit einfallen lassen, weil wenn wir das hier jetzt hier losschrauben, dann könnte das ja auch alles wieder so ein bisschen nach unten rutschen oder sich verschieben und da werde ich den Flachstahl, den werde ich hier so durchziehen, ach, das Vierkantrohr werde ich so durchziehen und hier vorsetzen. Man kann das natürlich dann mit dem Flachstahl dann verbinden. Ja, ich habe ein Schweißgerät, ich werde da so zwei Schweißpunkte drauf machen und dann ist das eigentlich stabil und fest bei mir. Wie gesagt, die Alternative wäre hier eine Schraube rein oder hier ein Loch rein zu bohren und in das Vierkantrohr ein Loch rein zu bohren und die beiden Teile dann mit dem Flacheisen zu verbinden. Von daher, sage ich mal, eine Lösung gibt es für alles und gucken wir mal, ob wir das heute hinkriegen. Ja, als allererstes machen wir uns jetzt erstmal hier den Schiebeschlitten weg, legen den zur Seite. Ja, und als nächstes lösen wir hier unten erstmal die Schrauben. So, das konnten wir jetzt so schön abziehen. Da sind die. Ich dachte schon, hier fehlen nur zwei Schrauben. So, legen wir uns auch zur Seite. Ja, die Schrauben brauchen wir nicht mehr. Dafür haben wir ja andere. Dann schrauben wir uns den Part hier ab. Na ja, auf jeden Fall waren sie fest. Die Stifte hier, die sind festgeschweißt. Von daher können die jetzt auf der anderen Seite nicht runterfallen. Ja, und die brauchen wir auch nicht mehr. So, jetzt kommt hier das Vierkantrohr zwischen. Und da muss ich jetzt mal eben gucken. Ja, das ist auch genau die Höhe. Das heißt also, ich werde das von hier nach hier hinten messen und dieses Stück ausflexen. Dann werden wir das hier trennen. Das wären 58,5. So, das ist ein Millimeter, glaube ich, anderthalb. Und das ist genau auch die Höhe von dem Überstand hier. Das heißt also, ich werde jetzt hier genau das Maß bis hier hinnehmen. Und das sind 58,5. Das flexen wir uns jetzt hier ab. Und dann werde ich hier das dann einlassen, sodass wir das dann hinterher schöner drauflegen können. So als Brücke, so gesehen. Ja, die Badenasen muss ich nicht abnehmen, weil das genau daneben passt. Dann sind wir hier auch noch genau in der Flucht. Von daher passt das super hier rein. Das ist übrigens ein 25 über 25er Quadratrohr. Oh, ich habe hier so eine Trennscheibe drauf. Die ist zwar jetzt nicht mehr ganz so groß, aber ja, werden wir mal gucken, ob wir das damit durchkriegen. So, jetzt werde ich mir noch das Maß nehmen, wie weit ich jetzt hier rein muss. Und dann werden wir uns das Stück hier rausflexen. Ja, das sollte ich jetzt hier reinpassen. Das macht das auch. Das heißt einmal hier. Und einmal bis da. Ja, da taue ich da jetzt erstmal raus. Ja, da taue ich da. Gucken wir mal, ob das passt. So sieht es jetzt aus. Auf der anderen Seite auch. Gucken wir mal. Das müsste ja jetzt genau hier reinpassen. Ja, macht das auch. So, hier muss ich dann doch noch, ich hätte hier vorsichtshalber, noch so einen kleinen Rand stehen lassen. Damit ich das dann auch richtig plan kriege. Aber ich merke, dass der auch wirklich noch weg muss. Ja, ja, den fahre ich eben noch weg. Ja, das liegt jetzt hier bummer auf. Ist auch richtig plan. Und dann mache ich jetzt noch das andere fertig. Das kommt ja dann hier hinten hin. Beziehungsweise, das kann ich ja schon mal hier hinten lassen. Dann mache ich jetzt noch eins fertig für hier vorne. Ja, das andere 4 Quad Rohr habe ich jetzt auch fertig. Die passen hier super rein. Die schließen auch ab. Und dann können wir mal eben gucken, wie das mit der Schiene hier aussieht. Weil ich werde jetzt hier in 25 Zentimeter Abstand jeweils ein Loch bohren für die Schraube, die dann ja hier unten reinkommt. Und dann kann man die ganze Schiene, wenn man das jetzt hier unten, die 6 Schrauben losgemacht hat, kann man dann zurückziehen bis auf 20 Zentimeter. Und das dann wieder hier festziehen. Und hier vorne. Und dann hat man einen weiteren Bereich, sodass wir hier auf 72 Zentimeter dann kommen. Das heißt also, wir bohren ja jetzt erstmal hier zwei Löcher rein. Und dann schweiße ich das hier eben mit zwei Punkten fest. Das sollte ja reichen. Und ist ja nur, dass das dann hinterher nicht nach oben kippt. Wenn wir hier hinten das ganze Gewicht hier mit dem Schiebeschlitten auch haben. Das muss ja festgemacht werden. Wer kein Schweißgerät hat, der kann hier unten einen Flachstahl nehmen. Und hier auch einen Flachstahl. Das sind 5 Millimeter hier zwischen. Also zweimal 5 Millimeter Flachstahl. Und hier ein Gewinde reinschrauben. Hier festziehen und hier ein Loch rein bohren. Das wäre die Alternative zu denjenigen oder für diejenigen, die kein Schweißgerät zur Verfügung haben. Aber wie gesagt, ich habe eins. Und von daher werde ich hier mal eben zwei Punkte dran hauen. Achso, erst Löcher bohren. Erst Löcher bohren. Und dann machen wir hier eins hin. Ich mache jetzt 26. So. Und da bohre ich jetzt ein 6er Loch rein. So. 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 Ja, festgeschweißt ist es. Und das ist auch gut stabil. Gut, eigentlich wollte ich jetzt hier noch so ein bisschen Farbe drüberjagen. Das mache ich auch noch eben. So, wie gesagt, ich hatte ja hier diese Schrauben. Das ist jetzt trocken hier. Das ist so ein Schnelllack. Der ist immer ratzfatz trocken. Und für diese Schrauben habe ich mir jetzt hier so einen kleinen Kunststoffabstandhalter noch dazwischen gemacht, weil wenn wir jetzt hier die Schraube reinsetzen und dann den Kunststoffhalter, dann können wir das auch hier vernünftig festziehen, weil dann komme ich auch hier dran vorbei. Und wenn ich das hier oben festziehen würde, dann müsste ich immer hier den Druckknopf nach unten drehen und dann immer so eine halbe Umdrehung machen. Da hatte ich keinen Bock drauf. Und deswegen habe ich einfach hier so einen Abstandshalter dran gemacht, sodass ich dann einmal wirklich rumdrehen kann, damit ich das dann losbekomme. Abstandshalter. So, hier wollte ich eine Unterlegsschabe noch drunter machen. Ja, das habe ich mir gedacht. Da ist das Gewinde jetzt da drin nicht lang genug. Ja, was machen wir denn da? Erst mal die hier hinten drauf. Na ja, da könnte ich ja dann noch zwei Unterlegsscheiden nehmen. Das müsste ja dann eigentlich auch gehen. Gucken wir mal. Ja, zwei Unterlegsscheiden passt. Ja, so ist gut. Wenn man die jetzt alle abmacht, los macht. Dann kann man das nach hier hinten ziehen, hier festziehen und hier auch. Dann können wir jetzt mal den Schiebeschlitten da drauf halten wieder. Ja, so kommt der. Ja, das wäre jetzt soweit. Weil ich komme jetzt hier nicht mehr und kann mein Werkstück durchsägen. Wollen wir mal ein bisschen weiter nach vorne gehen. So, hier könnte ich das durchsägen. So, worauf man auch achten muss, ist hier der Abstand, dass der auch parallel läuft. Aber man kann sich auch ein Lineal dann dazu holen, beziehungsweise ein Winkel. Und dann, ja, so wäre perfekt. Und dann kann man das hier festziehen. Ja, und in der Höhe, ich kann natürlich das Sägeblatt jetzt hier noch weiter rausziehen. Da könnte ich jetzt schon vier Zentimeter durchsägen an Brettstärke. So, und da das ja variabel ist, dann kann ich das auch noch weiter nach vorne ziehen, wenn ich fünf Zentimeter oder sechs Zentimeter habe. So, und dann gucken wir mal, wie viel Zentimeter ich jetzt hier durchsägen kann. Was wir jetzt hier gewonnen haben, durch die ganze Aktion. Ja, jetzt bin ich bei 70 Zentimeter. 69 Zentimeter. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie groß so eine USB-Platte ist. Ich weiß, ich glaube, das waren 71, was er mir gesagt hatte. Wenn wir jetzt hier 69 haben und ich habe ja jetzt hier vier Zentimeter und bin noch nicht ganz oben. Das heißt also, wenn ich das jetzt hier weiter hochschraube, dann komme ich auch noch ein bisschen weiter nach vorne. Und wenn ich jetzt hier zwei Zentimeter abmesse, ja, das wäre dann hier, dann hätte ich hier noch drei Zentimeter. Das heißt also, 72 Zentimeter an Breite könnte ich jetzt hier drauf sägen. Da kann man sich dann hier natürlich eine Markierung machen, wo die 72 Zentimeter sind. Und dann kann man die Platte oder das Profil dann so weit zurückziehen und dann festschrauben. Dann kann man auch auf 72 Zentimeter jetzt hier was durchsägen. So, und jetzt, um das Profil wieder zurückzuziehen, da löse ich jetzt hier nochmal die Schrauben. Schiebe die ganze Geschichte weiter nach vorne. Fädle hier die Schrauben ein. Ja, und kann das jetzt eigentlich x-beliebig so setzen, wie ich das haben möchte. Den Winkel jetzt hier nochmal angelegt, damit wir hier auch wieder winklig sind. So sind wir winklig. Ich sage mal, so weit bin ich zufrieden damit, weil ich ja auch schon mal breitere Platten habe. Und bis auf 72 Zentimeter kann ich jetzt damit machen. Ähm, ja, eigentlich perfekt. Und Kostenaufwand, ja, das sind 2 x 58 Zentimeter Quadratstahl. 25 x 25. Und ja, hier diese, ich weiß immer noch nicht, wie sie heißen die Schrauben. Damit man das vernünftig schnell abgeschraubt bekommt und nicht ständig irgendwie meinen Schlüssel nehmen muss. Aber ja, ich sage mal so, das ist auf jeden Fall schon mal eine Lösung, die man nehmen kann. Und ja, könnt ihr auch mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von meiner Lösung haltet. Beziehungsweise ist ja nicht wirklich ganz von mir, sondern der Marlon Heiß, der hat mir dabei geholfen. Er hatte mir eine Idee per Mail geschickt und wie man das halt lösen könnte, das Problem. Ja, ich habe es jetzt so umgesetzt, ich bin da eigentlich sehr, sehr zufrieden mit. Und ich hatte aber auch letztens noch, ihr seid mir hier ganz schön schwer. Ich hatte letztes Mal noch, ähm, so. Ich hatte letztes Mal, ähm, gesagt, dass meine Höhenverstellung sehr, sehr schwer geht. Und da zeige ich euch auch mal eben schnell noch, ähm, was ich da gemacht habe. Aber eigentlich relativ easy. Ähm, ich schraube mal vorne die Platte ab und dann zeige ich euch das. Hier vorne die Platte, die kann man abschrauben und die ist eigentlich nur mit vier Schrauben hier befestigt. Man muss auch keine Angst haben, dass dahinter eine Schraube ist, da ist Gewinde drin. Äh, eine Mutter. So, die kann man jetzt hier vorne wegsetzen. Theoretisch, praktisch geht das jetzt nicht mehr, weil ich jetzt hier die Schraube drin habe. Doch, geht doch. Und zwar ist das jetzt hier die Höhenverstellung. Und der zieht den komplett hier ran und auch wieder nach oben. Und das Problem ist nicht, dass das Gewinde zusitzt. Das sitzt zwar auch zu, aber das schneidet sich eigentlich wieder selber frei. Das Problem war bei mir, dass hier drin in dem Lager Dreck drin war. Ja, da habe ich jetzt einfach ein bisschen Öl draufgeschmissen und ja, und schon lässt sich das Ding hier wieder butterweich drehen. Das ist hier die 45 Grad Verstellung und die lässt sich auch immer noch gut drehen, also da braucht man nichts machen. Dadurch, dass das ja nicht fettig ist, der Staub, der da drauf liegt, der, äh, ja, der ist eigentlich schnell weggedreht. Ja, das wollte ich euch auch nochmal eben mitteilen. Ja, das ist meine Lösung, meine gemeinsame mit dem Malern. Und ja, hiermit kriegen wir jetzt auf jeden Fall 72 cm an Breite gesägt. Wir sind flexibel, wir können die Schiene wieder zurückstellen, sodass er uns nicht so weit im Raum steht. Und, ähm, an sich, finde ich, ist das wirklich eine gute Lösung. Alternativen, habe ich gesagt, wie man hier die, die, den Vierkant da noch drunter setzen kann. Da kann man halt, wie gesagt, zwei Flachstaller nehmen, fünf Millimeter dick. Und von mir aus 25 cm breit. Dann hat man hier eine schöne Auflage, sodass man das dann auch vernünftig stabil da drunter schrauben kann. Ja, und wer ein Schweißgerät hat, habt ihr ja gesehen, eben ein paar Punkte da dran gesetzt, ist die Sache auch fest. Und, ähm, ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie euch meine Lösung gefällt. Ich bin da sehr zufrieden mit und, ja, würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss! 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 Bis zum nächsten Mal.